Ich bin gefragt worden, ob man diesen Dokumentenbereich so wie im OpenOffice oder LibreOffice auch in Microsoft Word anzeigen kann. Das ist ganz praktisch, wenn man Brief schreiben möchte, wie denn die Randeinstellungen sind. Das funktioniert unter Datei, Optionen, Erweitert und dann hier unten bei Dokumenteninhalt anzeigen. Wenn man hier sagt Textbegrenzung, okay, dann habe ich hier entsprechend meinen Seitenrand angezeigt. Also hier ist die Textbegrenzung. Jetzt kann ich hier ganz normal meine Einstellungen für den Brief vornehmen. Ich kann jetzt hier sagen, oben 5, oben 1, 2, 5 und 2 und so ändert sich das dann entsprechend. Ich habe also gleich einen Blick dafür, habe ich die Seitenrande schon eingestellt oder nicht. Und hier oben in der Kopfzeile kann ich dann entsprechend die Absenderadresse eintragen und hier wie gehabt dann mit dem Brief fortfahren.